Nein, das ist nur das Fleisch. So, wir sitzen jetzt hier und ich esse ein Gouda-Brötchen und ein paar Blaubeeren. Mein Sohnemann isst Pomm-Döner mit Tzatziki. Ja, das Gesündeste auf dem Tisch. So, so. Alles Chlor. Manometer, ich habe heute irgendwie kaum geschafft zu filmen. Ich war irgendwie sowas von in Action oder machen. Jedenfalls habe ich bis auf diese Brötchen, die ich da heute gegessen habe, noch überhaupt nichts gegessen. Heute war Stresstag irgendwie und da kriegt man dann keinen Hunger und dann ist das so. Ja, mal gucken, ob ich nachher noch irgendwie was zu mir nehme. Und wenn nicht, ist ja auch nicht so schlimm. In zwei Tagen ist wieder Wiegetag. Das kann sich ja nur positiv auswirken auf die Waage. Es gibt Putenfilet mit einer schönen Zwiebelsauce und dazu Salzkartoffeln. Jetzt gibt es Pute mit Soße und Kartoffeln. Lecker. So, guck mal. Ich zeige, dass ich mir das richtig mache. Ah, genau. Aber so supi. So, guck mal. , so, guck mal. Tschüss. Us. Töger. Untertitelung des ZDF, 2020